Dieses Video beinhaltet Jumpscares. Bitte schalte ab, wenn du so etwas nicht erträgst, okay? So Leute, dann geht es jetzt weiter mit Fortnite. Lass uns mal reingehen. Die Olga starten. Spaß. Jetzt ist AsiTV, müssen wir uns natürlich reinziehen. Ja, mach halt noch gruseligere Musik an. Ich muss leiser machen, ich habe schon Angst hier. Leute, wie ihr seht, ich habe auf meinem Rücken eine Axt. Falls jemand Stress schieben will, komm her, Bruder, ich bin hier, was ist los? Und heute zocken wir zwei Spiele, zwei Horrorspiele. Das erste Spiel ist das... Boah, Phasmophobia, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich anstellt. Schade, dass man... Ja, man sieht ja nicht ganz eine richtige Reaction da drauf. Was ist denn hier, ihr kennt Phasmophobia, Bruder? Ich sage euch ehrlich, hört mal alle zu, hört mal alle zu. Leute, ich finde Phasmophobia überhaupt nicht gruselig. Überlegt mal. Ihr lauft ein bisschen rum, ihr sucht ein bisschen so und dann kommt ein kurzer Geist. Der ist nicht mal gruselig und dann seid ihr wieder draußen. Weißt du, was ich meine? Das ist überhaupt nicht gruselig, Bruder. Sowas ist unnötig. Ich weiß auch gar nicht, warum das so viele YouTuber spielen. Bruder, das ist doch gar nicht so besonders. Sag euch ehrlich. Ich zeige euch mal, wie schnell das funktioniert. Passt mal auf. So, okay, ein Haus. Wie rede ich hier? Hallo, Geist, Geist. Hallo, wo bist du? Und? Wo bist du lan? Guck mal, kein Geist, gar nichts. Ich setze mich jetzt hier hin, Leute. Schild ab. Lass mal einen Film schauen. Komm, wir schauen jetzt was. So. Wer ist die Aufgabe? Nein. Nein. Heimix? Ja, weiter, Bruder, weiter. Auf der Rufmannsonliste. Nein. Boah. Ey, mir ist so langweilig. Was für ein Spiel, Bruder. Hallo, ist jemand da? Ich habe irgendwie ein bisschen Gänsehaut bekommen, obwohl ich... Wetten, es ist das Tutorial-Level, wo er spielt, wo nichts passiert, bestimmt. Nicht gruselig ist. Hallo, ist jemand da, Bruder? Hallo, ist jemand da? Hallo. Hallo, wer ist da, Mann? Was macht der? Wer macht nichts aus? Der Geist heißt John Garcia. Leute, der Geist heißt John Garcia. John Garcia. Kein Wunder, dass er nicht kommt. Hör mal, wie gruselig das Spiel ist. John Garcia, John Garcia, John Garcia. John Garcia. Garcia, John Garcia. Fuck, 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 fuck. Fuck you, motherfuckers. Buss. John Garcia. Okay, ich nehme das jetzt einmal ernst, nur für euch, okay? John Garcia. Bro, das wäre das Gleiche. Der heißt John Garcia. Das wäre das Gleiche, als würde ich zu Max, äh, Stefan sagen. Kein Wunder, dass er nicht kommt. Wenn du hier bist, dann zeige dich. Show me your face, John Garcia. Johnny Depp. John Garcia. Oh, John Garcia. Hallo. John Garcia. Du Hund. Du Hund, zeig dich doch, Bruder. Mach du jetzt nicht... Ja, ich glaube, It's Asics TV ist auch der einzige Mensch, der Phasmophobie alleine zockt. Diese Filme, man. John Garcia. John Garcia. Was ist das für ein Scheiß, Bruder? Ich suche hier einen Geist, was nicht mal da ist. Hallo. Hallo. Ist jemand da? Das ist ein Kreuz. Ich bin doch Moslem, Bruder. Alhamdulillah. Was war das? Ich habe keine Angst. Was soll das? John Garcia, Cousin, hör mal zu. Bruder, das war aus Versehen letztes Mal. Ich wollte dich nicht stressen. Ich höre nur noch auf eine Seite. Wie wäre es, wenn ich die Sache umdrehe? Ich mache Ihnen Angst. John Garcia. Ich bin ein Monster, Mann. Komm raus. Das ist auch zu geil, die Folge von Spass. Du hast keine Eier, gell? John Garcia. Wenn du ein Mann bist, komm her. John Garcia, ich bin hier. Ich bin hier wie ein Mann. Ganz alleine gekommen. Aber dass es so laut war, habe ich mich erschrocken. Sonst nicht. John Garcia. John Garcia. Wie ist das? Jetzt habe ich mich erschrocken. Schaut mal das Bild an. Davor hat jeder Angst, Bruder. Vor einem Schatten. Oh Mann, nach Brüben. Ey, aber das hat er doch... Seit wann sehen die Geister denn in Phasmophobie so aus? Das hat er doch irritiert, oder nicht? Jetzt escape the eye walking. Seht ihr da oben am Fenster? Der guckt schon. Ey, was ist los? Komm her. Angeblich, Leute, wenn ich rede oder so, der hört meine Stimme und dann kommt der zu. Ellen, danke schön für die Mitgliedschaft. Spiel. Ich bin hier. 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 Bruder, machst du Halley? Was machst du da? Was tanzt du da? Bruder, geh mal weg von mir! Was machst du da? Geh mal weg! Geh doch weg! Oh, ich nehme ein Video auf. Ich bin in den Wald. Oh mein Gott, da sind Leute verhangen. Da ist jemand verhangen. Geh hangen. Hallo, Oliga. Ich habe mich verfahren. Bismillahirrahmanirrahim. Amunakoyim. Geh doch da nicht rein, du Idiot. Ich komme jetzt rein, ich hau dich tot. Geh schlafen, giss. Und Alain, this is going to happen to you. Oh, keine Ahnung, Oliga. Ich werde von hinten sterben. Oh, Gänse. Out. Ey, Fräulein. Hören Sie mal zu. Ich habe nichts getan. Lass mich mal gehen. Geh doch weg. Entschuldigung. Seht ihr das auch, was ich draußen sehe? Meine ganzen Brüder sind da. Ich habe doch gesagt, die sollen später kommen. Ey, Bruder, ich drehe ein Video. Bruder, kommt später. Wie, was ist das denn für ein Game, Bruder? Was wollt ihr? Ich kann nicht. Wo bin ich? Hallo. Aha. Schönes Gemälde. Schönes Gemälde. Was ist denn? Ich kann jetzt raus. Oh, da muss ich ihn. Wieso habe ich mich erschreckt? Wow, yo, Caillou, Bruder. Ja, wann komme ich hier raus? Mary wollte unser Haus nicht verlassen. Ich will jetzt... Ich hätte sie nicht zu Hause lassen dürfen. Nimm mit, nimm noch mit. Wo bin ich hier? Oha. Ich werde verrückt gleich. Was ist das? Ja, wer ist da? Was? Komm doch rein. Was ist los? Wieso gehen die bei Horrorspiele immer dahin, wo es gerade gruselig ist? Bruder, weg von da. Ich will da nicht... Guck mal. Da ist... Keine Ahnung, wie das Game heißt. Da ist dunkel. Wo soll ich rein? So. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich werde es dir auf Gott. Eiche, warum weinst du? Ich bin kleiner Ruhig. Eiche. Eiche, mach Tür auf. Kommst du mir einmal in die Tür. Eiche, wer hat dich geschlagen? Mach Tür auf. Hör mal zu, du Geist. Hin und her, hin und her. Ich bin seit 10 Jahren in einem Raum. Mach mal was. Was sieht das? Hallo? Oh mein Gott. Diese Christenzeichen ist antichristig geworden. Oh nein, ich weiß nicht. Bruder, wein nicht, wein nicht. Hallo. Komm mal noch ruhig. Jedem das Seine. Kleiner. Ey, die Frau ohne Scheiß, die ist riesengroß. Der Mann weint. Der Mann weint einfach, weil der Angst kriegt. Guck mal, wie groß die ist. Komm her, Lund. So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist der 28. August 1997. Ich zeige euch heute ein Video. Und zwar die Prank-Azis. Die Prank-Bros. Oh, habt ihr das gehört? Marvin, Calvin, habt ihr das gehört? Der hat doch türkisch gesungen, Bruder. Digga, was spielt der da? Guck mal, ich gehe jetzt zu der und die wird verschwinden. Passt auf, wie immer. Passt auf. Oh nein, ich wusste es, Bruder. Was ist los, alle? Ja, danke schön. Das ist ja voll krank. Oh nein, das schickt die. Bruder, die krabbelst hier wie so ein Baby. Das ist ja voll krank, das Game, ne? Oh nein, Mann. Was ist das? Crazy. Das Game ist echt crazy. Supportet ihn gerne, Leute. It's AsiTV. Cooles Video. Geil, Alter. Fand ich sehr sch***. Einfach Müll. Und du kleine Augen. Ja, war interessant. Dann mach's mal so. War interessant zu sehen. Schön, dass wir da reingeguckt haben. Für志 Und. 궁금 sua. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.